ja irgendwie weiß ich nicht warum aber ich habe mir schon wieder ein elektroschockchen abbekommen okay danke Mano Manometer Nicht so schwer wie der Wirkliche ein Boss, aber Jo, so schafft macht er mir trotzdem Können diese scheiß Viecher auch nicht verschwinden, oh ja Ach, herrje So, nur ja, ja, ja klar Beine abhaken und noch mehr Beine abhaken Ja, oh ja Ja, mhm Ach komm schon Na, nein, natürlich nicht Okay, hat nicht gerade wirklich viel gebracht Äh, du, 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 ja Jupp, äh, Mann Komm Ja, gleich alles Yes Haha, uhum Puh Oh, scheiße Das hat gesessen Mit was Gut, jetzt hab ich alles zu reden Jetzt müsste auch die letzte Wand Verschwinden Damit ich durch kann Gut Der Weg ist frei Oh, nein Wirklich? Gut, was kommt jetzt Schönes? Oh, ich mach das kaputt Oh, das auch noch Ja, und das macht mir nix aus Ja, das ist Ja, das ist Kabusch Kabam, kabuff Kabusch, kabam, kabuff Je, kede Bam, 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 kabuff Hup, 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 kabusch Und kabé Gleiche Animation Hey Alle später benutzen Oh, puh Now, it's off Jo, bam, kabuff Bats, bam, kabuff Und kabuff Auch noch kabuff Und ich werde ein Leerzeichen Ja, Leerzeichen Äh Pff, das waren eben abartige Animationen Bei dem, äh Phlox, ah, ach, nee Ach, nee, auch das war doch der Boss aus Der zweite Mission Och, ja, waren das noch Zeiten Aber Irgendwie brennt der Du hast da was Schon ist Der gelöscht Oder auch nicht Yeah Yeah Kabuff, kabuff, kabusch, kabim Kabuff, kabuff Und noch mehr kaputt machen Ja Ein Bein ist weg Ja, danke Und jetzt hau ich auf den Bein drauf Jo Jo Kabuff Kabusch, kabim Kabuff, kabuff Ja Danke Hey Hey